Okay, Google, was ist eigentlich eine Jugendweihe? Die Jugendweihe. Eine so schöne Sache. Aber habt ihr euch auch schon mal überlegt, wer sie erfunden hat? Die Jugendweihe. Ich hab davon gehört. Herzlich willkommen im Jugendclubhaus zur Jugendweihe 2017. Immer dann, wenn der Frühling erwacht, öffnet sich auch ein Tor. Und man hat nur den Dreiviertelzakt, um Balzer, Balzer in Ruhe. So, Hashtag Tschüss Balzer. Die nächste, die zu mir kommt, ist Lisa Marie Gallo. Ein kleiner Teddy ist mit dabei. Ein Teddy, der sie vielleicht getröstet hat in traurigen Stunden und ihr Spaß gegeben hat, wenn sie gelacht hat. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Bitte begrüßen Sie in der Welt der Erwachsenen, Herr Leon Maximilian Sievert. Starker Auftritt. Meine Puppen braucht ein Kleider, brauchst in Dauereinsatzschneider. Du denkst an so viel mehr, bloß das Senf wird schwer. Also wir vom Asien-Mes wünschen euch viel Spaß bei eurer Jugendweihe. Feiert schön, trinkt ordentlich. Und lasst euch beschenken. Kuss! Die Menschen können fliegen. Ja. Dann mach mal. Hat man alles, was man wollte, mit Tochter oder Sohn, ausgelebt und getan, denn die Zeit trägt keiner an. Meine Schwester wird erwachsen. Sie geht bald ihren eigenen Weg, auch wenn sie kaum noch Zeit für mich hat. Liebe Schwester, ich hab dich so lieb. Sie betritt nur neue Räume, welche Richtung sie auch wacht. Denn heute hat doch meine Schwester Jugendweihe, ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderer Tag. Hallo, Rotkäppchen, ich hab mir dich ganz anders vorgestellt. Nee, nee, nee. Hey Mama und bitteschön, ich will keine Träne zählen. Das war sie, die Jugendweihe-Show 2017 im Jugendclubhaus Nordhausen. Eine Produktion und Aufführung der Jugendweihe-Gemeinschaft Nordhausen. Und das sind sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendweihe 2017. Und das sind sie, die Jugendweihe-Gemeinschaft Nordhausen. 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 Untertitelung. BR 2018